Na kommt jetzt Geisel, schon wieder Kaffee? Hatten wir doch heute schon, naja. Aber erst einmal, hallo du Seid, willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Du hast hier bestimmt was vergessen, Hawkeye. Küche. Vergessen Sie, Raphina, einen Kopfschuss zu geben. Das ist ja nett. Der Kerlchen mal wieder mit seinen Fischaugen. Gibt es heute eine Bandit-Herausforderung? Nö. Ich gebe es ja eine Termitladung mit Bandit-Zerstör-Herausforderungen. Wer hat er da schon? Na ich meine ja, deswegen ja. Ja, aber dann brauchst du auch hin. Na aber 500 Stück. An einem Abend. Habe ich ja gar nicht mehr ins Bett. Die Bomben schützen. Muss ich ranhalten. Wacht, wird schnell jetzt die Luke zu? Ich traue dem nicht. Warte, ich mach's auf. Ja, der macht Pause, der Typ. Und dann sperren wir dich in den Fleischsaal. Ohne Fleisch. Die Wand wurde versperrt. Die Gegner haben eine Bombe. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden. Gerät wurde platziert. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Aber wir sind noch gar nicht zu. Scheiße. Am gelben pink ist noch komplett offen. Hat von euch noch jemand eine Wand? Nö. Das ist scheiße. Bestimmt der Witzschel, der hat nichts verstärkt. Wand befestigt. Die haben so vier. Mist, jetzt hab ich da kein Böses Auge. Böses Auge bereit. Ja nö. Böses Auge auf Patrouille. Der Witzschel, der nicht verstärkt hat, ist raus. Ne, Ella ist raus. Hast du viel geärgert? Ne, ist das schon. An der Bar war noch Lärm. Ah, Maru, 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 Maru. Schön willkommen. Ich steck mal kurz nach hinten ab. Ich steck bloß das Auto. Ich mach dich ganz. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ibana macht, glaub ich, Bäckerei auf. Ja, gerne mal pingen. Vorsicht. Ja, schlecht aufgemacht. Oh, fuck. Maru's down. Ibana ist noch am Loch. Hat mich. Ich hab sie auch beschossen. Halbenergie, Ibana. Viertel, Viertel. Scheiße. Nur in dem Moment wollte ich natürlich Dings ja. Ich guck, wie jemand bar hinter dir reinkommt, Seraphino. Hinter dir bar, rot. Bar hinter dir rot. Geht jetzt Gang nach links zur Bäckerei. Hinter dir jetzt. Zur Bäckerei ist es. Es kommt wieder am roten Ping. Es ist noch an der großen Tür. Ich kann dir sagen, dass die Bäckerei kommt. Oh Gott, Sophia. Ja, bleib einfach irgendwo in der Ecke. Das eine böse Auge ist kaputt. Ja, das hat Sophia schon kaputt gemacht, als sie da ankam. Eine Drohne jetzt. Drohne fährt immer noch. 15 Sekunden noch. Zeit läuft in der Bar. Die Entschärfer? Sie haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Wir sind im... Super. Aufpass nicht, dass du in eine Klemmer rennst. Wo ist denn der? Alter. Sofort die Aktivität. Klemmer! Ich sag's auch nur vorher. Ja, ich hab's nicht zu spät gesehen. Ja, aber du kannst doch dir mal... Du sollst doch aufpassen vorher. Vorher. Tja, mit der Aschmach musst du jetzt leben. Ja, doch! Mit der nächsten, ja. Bist du dich wieder anzündest, dann ist das wieder im Vordergrund. Tja, ich glaube, ich spiele jetzt... Am Morgen spiele ich nicht mehr mit euch. Das denkst auch noch du. Die Bomben sichern. Mach die Lucke zu. Mach hier bei mir da noch. Zum dritten im kleinen Esszimmer. Oh, ich sag, ich bin zehn nach der Gegend. Oh Gott. Stacheldraht verlegt. Okay. Vorsicht, Seraphina. Die Tür ist, äh, das Fenster ist schon offen. Ja, ich seh's. Das Gerät ist in Position. Gerät wurde platziert. Sind Mehrwert als Worte. Die haben wir das auf hier. Nein, ein Yoka ist schon weg. Die haben bestimmt IQ. Karten sind Mehrwert als Worte. Jack-Karl ist das da. What? Oder? Nein, nein, nein. Sophia, rot markiert mit Diana. Hologram ist gerade unterwegs. Ach, da oben scheiße. Von mir ist jetzt Zimmer zwei. Bei der Außentür. Meine Kerlchen sind in Position. Oh. Einer Fensterbill, mal eine große Tür. Schon bei der Bombe drin. Wo ist die Tür, müsste Diana sein. Diana, ein Hologramm hab ich. Scheiße. Diana entschärft. Nee, nicht mehr. Der E-Code. Die entschärft. Nicht mehr? Nein, kein Kämpfer ist in Richtung zu verbleiben. Maa. Was ist denn los? Mauer, maa, 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 maa. Ah, wo ist das? Sofort deaktivieren. Ach, dein Scheiße. Mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020